Ist Ihr Unternehmen auch vom Coronavirus bedroht? Sie sind Veranstalter, Messebauer, Fahrdienstleister, Taxiunternehmer, Eventmanager, Hotelier, Restaurantbetreiber, freischaffender Künstler, Freiberufler oder Unternehmer. Fehlen Ihnen jetzt die Tageseinnahmen? Sie wissen nicht, mit welchen Mitteln Sie morgen Ihren Mitarbeitern den Lohn bezahlen, die Krankenkasse und das Finanzamt bedienen, den Bankverpflichtungen nachkommen und die Lieferantenrechnungen ausgleichen sollen. Ich finde für Sie Antworten auf diese Fragen, die Ihnen als Unternehmer in diesen Tagen besonders unter den Nägeln brennen. Mein Name ist Rüdiger Schmidt und ich bin Inhaber der Kanzlei Schmidt mit den Standorten in Leonberg, Stuttgart und Göppingen. Ich bin Rechtsanwalt und seit 1995 als Insolvenzrechtsexperte tätig. Seitdem beschäftige ich mich mit der Sanierung und der Liquidation von Unternehmen sowie von Selbstständigen und Freiberuflern. In meinem Video möchte ich Ihnen als von der Corona-Pandemie betroffener Unternehmer konkrete Hinweise und Hilfe an die Hand geben, sodass Sie mit einer Zukunftsperspektive den finanziellen Engpass überwinden. Am Freitag, den 13. März 2020, hat die Bundesregierung das Versprechen abgegeben, der Volkswirtschaft insgesamt mit Bürgschaften und Darlehen unter die Arme zu greifen, wobei die Umsetzung bis Dienstag, den 16. März, noch nicht klar ist. Die Corona-Pandemie ist auf dem Vormarsch. Sie alle kennen die Realität und die Details auf die in Deutschland unternommenen Maßnahmen der Behörden. Greift das Maßnahmenpaket nach Ablauf von fünf Wochen nicht, drohen uns möglicherweise weitere massive Einschnitte in unserem sozialen und wirtschaftlichen Leben. Der Virus belastet viele Branchen massiv. Messen und Veranstaltungen werden abgesagt, Reisen storniert, Produktionen in den Betrieben heruntergefahren. Zum Erhalt der Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gab der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in der Pressekonferenz am Freitag, den 13. März 2020 eine unbegrenzte Zusage nach oben an Unterstützungsmaßnahmen ab. Er sprach davon, dass diese vom kleinsten mittelständischen Unternehmen, vom Taxifahrer über die Kreativwirtschaft bis hin zu richtig großen Unternehmen mit zehntausenden Beschäftigten, nützen werden. Zudem denke man über die Bildung eines Fonds für Härtefälle nach. Ebenfalls an diesem Tag verkündete Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Erinnerung an die Bankenkrise ein finanzielles Hilfsprogramm, das folgende Maßnahmen umfasst. Will ein Unternehmen aufgrund fehlender Aufträge während der Corona-Krise die Arbeitszeit reduzieren, übernimmt die Bundesagentur für Arbeit 60% der Lohnkosten und die Sozialversicherungsbeiträge. Zur Sicherstellung der Liquidität der Volkswirtschaft gibt es für kleine, mittlere und große Unternehmen Liquiditätsbeschaffungen über die Hausbanken, durch Kreditprogramme in Form von Darlehen und Bürgschaften für Unternehmen. Diese Maßnahmen, die die Kreditanstalt für Wiederaufbau vergibt, kommen den Betroffenen zugute, sobald die Unternehmen nachweisen, dass sie tatsächlich wegen des Coronavirus in Schwierigkeiten geraten sind. Die Unternehmen sollen die Möglichkeit bekommen, ihre Steuerzahlungen zu stunden. Das trage laut Olaf Scholz dazu bei, dass die Unternehmen ausreichend liquide sind. Zählen sie auch den zuvor genannten Branchen? Dann haben sie jetzt ein Problem. Nämlich, woher das Geld beim Wegfall von Tageseinnahmen nehmen. Um allen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Mein Tipp für Sie. Erstens. Beschäftigen Sie sich als erstes mit der Frage, wie Ihr Liquiditätshaushalt sichergestellt werden kann. Und zwar, welche Zahlungsverpflichtungen von Ihnen eingehalten werden können. Zweitens. Gehen Sie dann der Frage nach, welche Liquiditätshilfestellungen möglich und auch schnell verfügbar sind. Benötigen Sie akut Liquidität. Sollten Sie bei Ihrer Hausbank auf eine sofortige Erhöhung der Kreditlinie unter Hinweis auf die Garantiezusage der Bundesregierung drängen, ohne dass Ihre Bank erst in eine zeitfressende Kreditprüfung eintritt. Zu allerletzt noch eine gute Nachricht aus dem Bundesjustizministerium am Montag, den 16.03.2020, an alle Geschäftsführer, Vorstände von Unternehmen, die nach Wegfall der Liquidität einer Insolvenzantragspflicht unterliegen. Unternehmen nämlich, die wegen der Corona-Epidemie in Schwierigkeiten geraten sind, müssen in dem Zeitkorridor bis 30. September 2020 keinen Insolvenzantrag stellen. Wenn Sie jetzt noch eine Frage haben, dann schreiben Sie mir unter dieses Video einen Kommentar, den ich beantworten werde. Und wenn Sie sich schon in einer existenzgefährdenden Lage befinden sollten oder unsicher sind, ob Ihre Lage gefährlich werden könnte, dann nutzen Sie meinen kostenlosen Erstcheck. Sie können mir Ihre Frage aber auch über das Kontaktformular auf meiner Webseite stellen oder Sie mir telefonisch stellen. Die Links hierzu finden Sie am Ende der Videobeschreibung. Und jetzt packen wir es gemeinsam an. Ich helfe Ihnen bei der Überwindung Ihrer existenzbedrohenden Situation. Zögern Sie nicht, denn jeder ungenutzte Tag ist ein verlorener Tag. Ihr Rüdiger Schmidt Ihr Rüdiger Schmidt